Mein Hobby ist altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist altfranzösisch. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft und dazu gibt es die Betriebsanleitung auf Deutsch, Englisch und Französisch und die möchte ich gerne vorlesen. So, ich bin angekommen bei Bauteile Tracking Pedelec, ist ein elektrisches Fahrrad. Rahmen besteht aus Oberrohr, Unterrohr, Sitzrohr, Steuerrohr, Kettenstreben, Sitzstreben. Sattel, Sattelstütze, Sattelstützklemme, eventuell mit Schnellspanner, Gepäckträger, Rücklicht mit integriertem Rückstrahler, Hinterradschutzblech, Kette, elektrischer Antrieb, Schutzblechstäbe, Seitenständer, Kettenblatt, Kurbelarm, Pedal, Befestigung, Hinterrad. Schraubachse, Steckachse, Schnellspanner, Vorbau, Display, Lenker mit Griff, Schaltgriff, Bremsgriff, Schaltzug, Lenkungslager oder Steuersatz, Bremszug, Bremsleitung, Frontscheinwerfer mit Reflektor, Vorderradschutzblech, Federgabel, Scheiben, Bremssattel, Bremsscheibe, Laufrad, Vorderradnabe, Speiche, Reflektierender Ring, Felge, Ventil, Reifen oder Mantel. Und dann gibt es Befestigung, Vorderrad, Schraubachse, Stecksachse, Schnellspanner. Bauteile, Tracking Pedelec, Tracking Pedelec Parts, Rahmen, besteht aus Oberrohr, Unterrohr, Sitzrohr, Steuerrohr, Kettenstreben und Sitzstreben. Frame consists of Top Tube, Downtube, Seed Tube, Head Tube, Chainstays und Seedstays, Sattel, Settelstütze, Seedpost, Sattelstützklemme, eventuell mit Schnellspanner, Seedpost, Possibly with Quick Release, Gepäckträger, Luggageurek, Rücklicht mit integriertem Rückstrahler, Real Light with Integrated Reflektor, Hinterradschutzblech, Mudguard for the back tire, Kette, Chain, Electric Drive, elektrischer Antrieb, Schutzblech, Streben, Mudguard, Stay, Sidestand ist Seitenständer, dann gibt es Kettenblatt, Kurbelarm, Pedal, Chainring, Crankarm, Pedal, Vorbaudisplay, Lenker mit Griff, Schaltgriff, Bremsgriff, Stern, Display, Handlebar with Grip, Shifter, Brake, Lever, Schaltzug, Lenkungslager oder Steuersatz, Bremszub, Bremszub, Bremsleitung, Frontscheinwerfer mit Reflektor, Shifter, Cable, Headset, Brake, Cable, Frontlight with Reflektor, Vorderradschutzblech, Federgabel, Scheiben, Bremssattel, Bremsscheibe, Front, Mudguard, Suspension, Fork, Discbrake, Caliber, Brake, Disc, und dann das Laufrad besteht aus Vorderradnarbe, Speiche, Reflektierender Ring, Felge, Ventil, Reifen oder Mantel, The Reel consists of Hub, Spoke, Reflective Ring, Rim, Valve and Tire, und dann gibt es vorne noch die Befestigung Vorderrad, Schraubachse, Stecksachse, Schnellspanner, Fastening Frontwheel, Boltled Axle, Thru Axle and Quick Release. Jetzt noch auf Französisch. Composant du VAE Touchenin, Tracking Pedalic Parts, Frame consists of Top Tube, Down Tube, Seed Tube, Head Tube, Chain Stays and Seed Stays. Le cadre est Tube Horizontal, Tube Diagonal, Tube de Selle, Tube de Direction Basse und dann Selle, Seed Post, Seed Post Clamp, Possibly with Curricules, Selle, Tick de Selle, Coilier de Tick de Selle, Eventuellement Equipier de Blockage Rapid. Real Light, Lager Track, Sport Bagage, da gibt es aber noch vorher. Ach, das ist unterschiedlich, ok. Lager Track ist Port Bagage und Real Light with Integrated Reflector, Feu Arrière avec Cata, Dioptre, Antigree. Mud Guard for the Back Tire, Chain, Electric Drive. Mud Guard for the Back Tire, Chain, Purpulsion Electric. Mud Guard Stay and Side Stand, Trangle de Garde-Bouw, Bequil Lateral, Bequil Lateral. Mud Guard for the Back Tire, Chain Ring, Crank Arm, Pedal, Plateau, Manivelle, Pedale. Stern Display, Handle Barber's Group, Shifter and Brake, Lever, Potence, Afficheur, Guignon avec Poignet, Magnette de Derelleur, Magnette de Frein. Shifter Cable, Headset, Brake Cable, Front Light with Reflector. Cable de Dereilleur, Roulement de Direction, Jouk de Direction, Cable de Frein, Gain de Frein, Feu Avant avec Cata Dioptre. Front Mud Guard, Suspension Fork, Disc Brake, Caliber Brake Disc. Garde-Bouw Avant, Fouche, Suspendue, Etrié du Frein à Disque, Disque-frein. The Reel consists of Harp, Spoke, Reflective Ring, Rim, Valve and Tyre. Le Roux, La Roux, Je ne sais pas. Et moi, Moëilleu Avant, Réion, Cercle Refléchissant, Jouk de Waif, Pneu. Und dann Fasten Front Wheeled, Bolted Axel Through Axel, Quick Release, Fixation de la Rue Avant, Écou d'Axe, Axe Traversant, Blockage Rapid. So, und dann steht da noch was drunter. In den Abbildungen im Umschlag sehen die handelsüblichen Pedelecs. Die von Ihnen erworbenen Pedelecs, das von Ihnen erworbenen Pedelec kann anders aussehen. Diese Anleitung beschreibt Pedelecs folgender Kategorien, City Tracking und MTB. Diese Betriebsanleitung gilt nur für ein auf dem Umschlag angegebenes Pedelec, mit dem sie überreicht wurde. This enclosed image shows the standard commercial Pedelec models. The Pedelec you have purchased may look somewhat different. This manual describes Pedelecs in the following categories, City Tracking und MTB. This instruction manual only applies to the Pedelec mentioned on the envelope with which it was issued. La Courvature illustre des modèles de VAE. Le VAE que vous avez acheté peut présenter un aspect différent. La présente notice décrit des VAE du tube suivant. Vélo de Ville, Touchemin et VTT. La présente notice d'utilisation ne vaut que pour un VAE dans des types précises sur la Courvature et avec lequel elle a été rémise. So, dann geht es weiter mit Composants de VAE WTT. Bauteile MTB Pedelec. Ja, ist nochmal ähnlich. Ziemlich ähnlich. Danach kommt das Inhaltsverzeichnis zu dem Buch. Hier ist es ein gebundenes Buch. Ja, tschüss. So. ... ... ... ...